Und ich freue mich, dass Hubert Mitsch zu uns gekommen ist. Er ist vom DRK, vom Deutschen Roten Kreuz. Das DRK ist Träger der Mannheimer Tafel. Was beobachten Sie in Ihrem Alltag? Kann man von einer Zunahme sprechen? Gut, wir haben schon die Wahrnehmung, dass immer mehr Leute kommen zu uns. Das liegt einfach daran, dass die Armut wahrscheinlich mehr zunimmt. Ich habe von einem Vertreter der Ariche gehört, Berlin Marzahn. Da sagte man, naja, es gibt schon eine Verschiebung der Armut. Die Menschen gehen eher in den Elektronikmarkt, um am Leben teilzunehmen, Handys zu kaufen und sparen dann das Geld, was sie früher für Essen ausgegeben haben. Weil das gibt es bei der Tafel. Ist sowas auch ein Trend? Ja gut, ich meine, die Leute versuchen sich halt aufgrund von den günstigen Lebensmitteln bei uns, wo sie kaufen können, einen Freiraum zu schaffen für andere Sachen. Kino-Besuch, Kultur-Teilnahme etc. etc. Und die können den Euro auch nur einmal ausgeben. Wenn man dann beim Lebensmittelkauf spart, kann man die Möglichkeit nutzen, andere Sachen zu kaufen. Welche Beobachtung machen Sie im Ablauf der Essensverteilung? Wir kennen das Beispiel aus der Stadt Essen, wo es ja Auseinandersetzungen gab. Man sagte, ja, Flüchtlinge gehen da sehr rabiat vor, um ihren Platz zu verteidigen. Wie läuft das bei Ihnen ab? Wir haben ja in der Neckarstadt eh Migrationsteil mit 108 Nationen und die Tafel ist schon über zwölf Jahre alt. Und die Kunden, wo da kommen, jeden Tag, die regeln das im Prinzip selbst vor Ort. Da gibt es dann schon Gruppen, wo das fest regeln, wer wann wie kommt. Sie haben ja auch die Aufgabe, eigentlich diesen ganzen Lebensmittelkreislauf wieder in die richtige Bahn zu bringen. Denn das, was Sie machen, heißt ja eigentlich, wir haben zu viel Wohlstand in Deutschland. Wir schmeißen zu viel weg. Ja, das ist teilweise geschuldet in langen Öffnungszeiten. Heute will jeder Kunde noch abends um 22 Uhr super Ware haben. Und das lässt sich halt nur ermöglichen, wenn man ständig die Ware im Sortiment austauscht. Und dann bleibt halt dementsprechend viel Ware in den Regalen liegen, wo keiner kauft. Das sind dann die Lebensmittel, die wir gespendet bekommen. Könnte man die Tafeln irgendwann mal überflüssig machen in Deutschland? Was müsste dazu passieren? Gut, der Grundsatz von der Tafel ist ja Lebensmittel retten. Das heißt, die Überproduktion von Lebensmitteln, bevor sie verworfen werden, zum Abfall gehen, wollen wir ja an Kunden bzw. Bedürftige abgeben. Und der Gedanke wäre, wenn alle Lebensmittel, die produziert werden, auch an alle verteilt werden können und dass es Überschuss gibt, dann wäre die Tafel unnötig. Das kann man so sagen. Eine wichtige Aufgabe, die Sie haben in doppelter Hinsicht, Armut und aber auch die Lebensmittel gerecht zu verteilen. Hubert Mitsch, vielen Dank, dass Sie uns besucht haben und viel Erfolg für Ihre Arbeit auch in der Zukunft. Gerne.